Hi! Heute ist Samstag, der 30. Juni 2018 und heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn seit heute bin ich Opa. Genau. Heute Nacht wurde mein Enkelsohn Lyko geboren und wir sind alle ganz stolz und toll. Ich freue mich total. Ja, natürlich habe ich für den heutigen Tag auch einen Text geschrieben, der heißt Vom Löffel bis zur Klinge und wie das Lied geht, das hört ihr jetzt von mir. Du weißt es einfach nicht, wie du reagierst. Vom allerersten Denken, bis dass du es kapierst. Du weißt oftmals nicht, was dich da so erwartet, wenn du zu viel denkst und die Dinge lenkst. Es gibt so viele Dinge, vom Löffel bis zur Klinge, die du wissen müsstest, nach denen es dich gelöstet. Es gibt so viele Dinge, vom Löffel bis zur Klinge, die du fühlen solltest, die du immer wolltest. Du bist eine graue Wolke im Rinnensaal der Zeit. Unbekannt und träge, ziehst du deiner Wege, du bist das schwarze Tuch vor deinen offenen Augen. Gehörlos, blind und stumm, gehörlos, blind und stumm, drehst du dich niemals rum. Es gibt so viele Dinge, vom Löffel bis zur Klinge, die du wissen müsstest, nach denen es dich gelöstet. Oh, es gibt so viele Dinge, vom Löffel bis zur Klinge, die du fühlen solltest, ja, die du immer wolltest. Zeit und Raum, die füllen sich mit deinem kleinen Geist. Deine Spur, ganz schnell verblicht, niemand weiß mehr, wie du heißt. Es gibt so viele Dinge, vom Löffel bis zur Klinge, die du wissen müsstest, Nach denen es dich gelöstet, es gibt so viele Dinge, auch vom Löffel bis zur Klinge, die du fühlen solltest, die du immer wolltest. Oh, vom Löffel bis zur Klinge, auch vom Löffel bis zur Klinge, yeah. Eh 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR